Das ist ein komisches Spiel. Oh, hier können wir Waffen auswählen sogar. Oh, geil! Ja, was? Warum hat das jetzt dann so ein Puzzle-Spiel, wo man auch so Rätsel lösen muss? Ich habe eine Brille. Was kann ich mit der Brille machen? Oh, ich kann mich nur ganz schön langsam erwegen. Ich kann mich im Kreis drehen. Vielleicht kannst du irgendwas sehen, was ich nicht sehen kann. Ja, ich bin tot. Ja, da war eine Mine. Die kannst du sehen damit? Ja, warte. Ah, okay, jetzt sehe ich sie aber auch. Du hast mich getötet. Hä, ich dich? Ich glaube, ja. Ich kann es doch nicht mit dem Laser machen, oder doch? Doch, doch. Ja, dann sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Warte, so, du siehst die Mine jetzt auch. Ja, das ist doch blöd, weil ich kann den Laser nur so ganz langsam drehen. Dann muss ich wohl vorgehen, ne? Weil ich den Laser habe. Äh, da sind Mine. Wo? Ach da. Oh Gott. Ich will die Rüben haben. Pass auf, pass auf. Okay, hier ist wieder irgendwas. Da ist Schalter was. Dann machst du linke Weg. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich. Ich glaube, ja. Oder? Oh. War deine Mine? Ja, ich vermute ja. Oh mein. Jetzt bin ich fast tot. Oh. Hoppla. Ich habe noch ungefähr 1% Energie. Ich habe dich da gerade nicht mal vorbereitet. Jetzt bin ich tot. Oh, jetzt habe ich misskommunikated bekommen. Got killed by a Mine when not wearing the, keine Ahnung was. Hey. Nimm du die Brille. So, da hast Mine. Okay. Na, warte. Lass mich. Okay, da hast Mine. Ich muss töten. Ich bin eigentlich immer genau da, wo die Ausrauffezeichen sind. Sicher. Komm mal nach unten hin. Okay. Okay. Warte, ich muss... Lass mich da, glaube ich, rüber, oder? Dann kann ich auf den Knopf und jetzt kannst du durch und ich warte hier und... Jetzt gehe ich auch mal, aber Achtung, da ist eine Mine. Okay. Halt. Komm mal weiter. Also erstmal muss ich bei mir gucken. Kannst du zwingen? Wenn der irgendwie hinkommt. Warte. Okay, hier ist nichts. Jetzt möchte ich durchleiten. Ich habe Angst. So, da ist noch eine. Ja. Oh Gott, ich kann so weit auch gar nicht gucken. Da ist eine. Am besten gehst du an der Wand, oder? Da ist eine. Da ist so ein Hebel, der mich reinlässt. Komm mal weiter. Ja, ja. Okay. Hier war... Warum bist du hier bei mir? Ich kann, ey. So, jetzt. Vorsicht, ich darf den nicht töten. Am besten wieder an der Wand einfach lang. Ja. Ja. Geh ich mal hier unten her? Ja, 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 okay. Warte, ja, so. Okay. Ja. 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 Krass. Flop. Ja.